September. September ist der neunte Monat des Jahres, ist der Monat, der nach dem August kommt und vor dem Oktober kommt. Heutzutage kennen Menschen besonders den 11. September. Der 11. September ist der Tag, an dem sich der Anschlag auf das World Trade Center in New York jährt. Am 11. September 2001 ist der Anschlag auf das World Trade Center geschehen und seitdem ist die Welt eine etwas andere. Davor hat man irgendwo angenommen, es könnte demnächst Frieden herrschen auf der Welt und dort hat man festgestellt, ja, es gibt wieder eine neue Ideologie, die wiederum viele Kriege hervorruft. September war ursprünglich der siebte Monat im Jahr. September heißt ja auch 7. September war in dem altrömischen Kalender der siebte Monat im Jahr, wurde aber mit der Kalenderreform von Julius Cäsar zum neunten Monat. Im September ist von der Astrologie her zum einen bis etwa 21., manchmal auch bis zum 23. September ist das Sternzeichen. Jungfrau und danach folgt das Sternzeichen Waage. Am 22. oder 23. September ist die Herbsttag- und Nachtgleiche. Ab da sind die Tage kürzer als die Nächte. Im September sind oft einige Feiertage. Meistens ist im September Ganesha Chaturthi, also das Fest von Ganesha. In jedem Fall ist am 8. September Swami Sivanandas Geburtstag. Manchmal fällt auf Anfang September auch noch Krishna Jayanti Janmashtami und in seltenen Fällen Ende September auch Navaratri. Um dwellende zu werden. In jedem Fall ist es ein bisschen wichtig.